So, jetzt kommt eine Kombination aus den beiden vorigen Schritten, aus dem Slide und dem Kreuzschritt. Erstmal ohne Arme, wir sliden nach rechts und in dem Fall, bei der Kombination, bleiben wir jetzt offen mit dem linken Fuß. Der linke Fuß geht jetzt hinter den rechten, jetzt folgt der Kreuzschritt. Dasselbe nach links, der linke geht raus, der rechte kommt nach. Kreuzen hinten, links, rechts. Noch mal langsam blutwärts, wenn wir nach rechts gehen, ist das rechts, hinter den Kopf, der Köln, kreuz hinten, rechts, links. Das Ganze nach links, hier nach links, rechts fällt offen, kreuz hinten, links, rechts. Schnell ist das, eins, zwei, drei, vier, und fünf, sechs, sieben, acht. Kann man auch beide Arme mitnehmen, rechts drücken, tief, kreuz hinten, rechts drücken, tief, kreuz hinten. Einmal von vorne, haben wir, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht.